Sie wissen es, wir haben nicht nur doofen Schüler, sondern der Grund dafür ist ja, wir haben zu wenig Lehrer. Die, die wir haben, gehen nicht hin oder sind krank oder haben vergessen, wo die Schule steht. Es wird wirklich immer schlimmer, wir haben das gestern schon thematisiert und wir fühlen uns einfach auch aus Respekt vor dem Aufruf des Bundespräsidenten verpflichtet, diese Aktion zu unterstützen. Bitte, überlegen Sie sich nochmal, Lehrer ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger und attraktiver Job. Und vielleicht kann unser kleiner Werbespot, Sie zu animieren, ein Lehrerstudium zu beginnen. Nach Computerindern, WM-Hostessen und Rail Marshals braucht Deutschland jetzt neue Exoten. Lehrer. In jeder Minute fallen an deutschen Schulen eine Million Unterrichtsstunden aus. Ihr Physikprofessor, Herr Dr. Malinger, wird Sie nie mehr unterrichten. Er ist heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Für viele hat der Lehrer Beruf an Attraktivität verloren. Als Lehrer darf ich ihn nicht in den Ausstatt fassen. Doch er bietet auch jede Menge Abwechslung und Herausforderung. Entschuldigung. Sportunterricht. Wandertag. Gewalt an der Schule. Gib her! Werden Sie Lehrer, damit unsere Jugend wieder gern in die Schule geht. So früh hätte ich mir den Biologieunterricht nie vorgestellt. Sag mal, Privatschulen oder staatliche? Applaus 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 Applaus